Meine Propovid heute heißt heute die Weisen. Wir feiern heute den dritten Advent. Und als ich das Matthäus-Evangelium geöffnet habe, habe ich einfach etwas in diesem zweiten Kapitel gesehen. Aber ich möchte gerne meine Predigt mit einem Gleichnis beginnen. Ein weiser Mensch kam zu einem Weisen und er meinte zu dem Weisen, ich werde dir hundert Goldstücke geben. Aber es gibt eine Bedingung, du musst mir zeigen, wo Gott ist. Und der Weise spricht zu ihm. Ich werde dir dreimal mehr geben. Wenn du mir zeigst, wo es Gott nicht gibt. Gott ist in allem. Gott ist in seiner Schöpfung. Wir können nicht sagen, dass es Gott nicht gemacht hat. Es hat Gott gemacht. Indem wir seine Schöpfung sehen, erkennen wir einfach die Handschrift Gottes. Wir erkennen dadurch, dass es einen Gott gibt. Und wir glauben, dass es nicht einfach irgendwelche Märchen gibt, die da geschrieben stehen. Besonders, wenn es um Weihnachten geht. Man kann denken, es sind einfach ausgedachte Geschichten. Gott ist, dass es einfach ausgedacht ist. Und es gab mal einen Gott, und auf einmal wieder ein kleines Baby. Maria, die einfach schwanger wurde vom Heiligen Geist. Wir haben über die Weisen gelesen, oder wir lesen darüber, die aus der Ferne kamen, um Jesus anzubeten. Aber wir wissen ganz genau, dass es keine Geschichte ist, dass es keine, ja, dass es kein Märchen ist. Wir glauben daran, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Und ich möchte euch folgende Frage gerne stellen. Wie думаете, кому war es schwerer поверить? Marie, die begann ohne мужа, oder Iosifu, der sollte Marius принять? Wer hat es schwieriger, die ganze Sache anzunehmen? Maria, die ohne Josef schwanger wurde, oder Josef, der das einfach jetzt im Nachhinein mitbekommen hat? Was vermutet ihr? Wie думаете, Marie, war es schwerer поверить, oder nicht? Oder Iosifu war es schwerer? Also, Maria ist schwieriger daran zu glauben, was gerade geschehen ist, oder Josef. Ich vermute das Gleiche. Maria wusste, dass es vom Heiligen ist. Und Josef musste Gott vertrauen. Er musste daran glauben, dass es wirklich vom Heiligen Geist ist. Lass uns das nochmal wirklich durchlesen, Matthäus, Kapitel 2. Und von 1 bis 12 stich. Ein bisschen langer Text. Es ist ein bisschen viel, aber ich lese es gerne vor Matthäus 1 bis 2. Ich denke, wir ihn mitbekommen überraschieren. 1 bis 21 stich. Und говорят, Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевшись звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему. И, открывши сокровище свои, принесли ему дары, золото, ладо и смирну. И, получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, и, иным путем, отошли в страну свою. «Да, Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn zu anbeten. Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Judah, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mürre. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg wieder in ihr Land. Lass uns erst mal schauen, wer denn die Weisen waren. Es waren gelehrte Menschen. Es waren Ratgeber der Könige. Oder generell einfach Ratgeber von bedeutenden Leuten. Sie kannten sich aus einer Medizin, in der Philosophie. Sie haben Träume gedeutet. Und genauso hatten sie Ahnung von Astronomie. Es waren Menschen, die die Weisheit gesucht haben. Und wir haben gelesen, dass sie etwas, ich sage, Übernatürliches gesehen haben am Himmel. Dann haben sie in der ganzen Welt geglaubt, dass das Licht, das Licht, das hat einen Einfluss auf das menschliche Leben auf der Erde. Die Sterne folgen ihrem vorgeschriebenen Weg. Sie symbolisierten Stabilität in der Welt. Sie waren ein Symbol für die Stabilität, für die Ordnung auf dieser Welt. Und wenn sich im Himmel irgendetwas anderes gezeigt hat, dann schien es, dass der Gott der Himmel und Erde und auch die Sterne geschaffen hat, dann mischt er sich sozusagen in die von ihm vorgegebene Ordnung ein und möchte dadurch etwas zeigen. Zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass es eine sehr angespannte Zeit war. Die Menschen haben auf Veränderungen gewartet. Sie haben von besseren Zeiten geträumt. Wie jetzt, wie die ganze Welt voll ist mit diesen Informationen über das Virus. Genauso waren die Menschen erfüllt mit dieser Information oder mit dieser Erwartung, es muss doch der Messias kommen. Der Retter muss kommen, der von den Juden kommt. Er wird der König der Welt. Und es geschehen, eindeutige oder klare Veränderungen. Und genauso hat auch der heidnische Prophet Balaam davon gesprochen, dass ein Nachkommen Jakob sozusagen wie ein Stern am Himmel leuchten soll. Ungefähr so. Und als die Sterneuter diesen Stern gesehen haben, dachten sie sich, es ist ein ungewöhnlicher Mensch geboren worden. Es kann doch nur ein König sein. Es kann doch nur ein König sein. Und der Stern war so außergewöhnlich, so besonders, dass sie sich dachten, es muss ein König geboren sein. Und wenn es ein König war, dann ist es der Messias. Und was hat sie denn jetzt motiviert, diesen weiten Weg zu machen? Sie mussten in ein fremdes Land gehen. Und sie sagen, der König der Juden wurde geboren. Das heißt, sie mussten einen fremden König in einem fremden Land anbeten. Ich denke, deren Herzsmotiv war sehr klar, eindeutig. Sie haben die Wahrheit gesucht, also Gott selbst. Was hatten sie? Sie hatten ein himmlisches Zeichen. Es war dieser außergewöhnliche Stern. Und als sie diesen außergewöhnlichen Stern gesehen haben, haben sie etwas Übernatürliches gemerkt. Sie haben wie einen himmlischen Ruf gehört. Selbstverständlich, sie konnten es einfach notieren können. Zu der und der Zeit an diesem Ort haben wir diesen Stern gesehen, der außergewöhnlich war. Aber das Interessante ist, dass sie diesem Ruf gefolgt sind, dass sie diesem Stern gefolgt sind. Es war wie ein Ruf des Himmels. Und sie wollten diesen König sehen. Wenn es wirklich der König ist, der Messias, auf den alle so lange warten, dann wollen wir ihn sehen. Знаете, für die Menschheit gibt es so viele Zeichen hier auf der Erde. Wir haben mit dem Vergleich angefangen, oder mit dem Gleichnis, dass der Weise sagt, zeig mir, wo es Gott nicht gibt. Jetzt sind Kräste, sie sind in den Zirken, und sie sind ein Zeichen für das Mensch. Zurzeit gibt es und hoffentlich länger noch Kreuze an den Gemeinden, die ein Zeichen sind. Die Bibel ist freikäuflich. Разве das nicht ein Zeichen für die Menschheit? Komm und schau oder komm und lese, worum es geht. Aber leider hören es nicht alle. Aber die Weisen sind dorthin gegangen. Wenn es der König der Juden ist, wo soll er geboren werden? Natürlich in einem Schloss. Sie kommen nach Jerusalem und fragen sich, wo ist denn der König geboren worden? Wir haben den Stern gesehen und wir wissen, der König wurde geboren. Wies Jerusalem gespala sich. Und ganz Jerusalem ist ja in Aufregung gekommen. Man hat alle Schriftgelehrten geholt. Sie kennen das Wort. Sie haben das Wort der Propheten in der Hand. Und sie sagen, ja, wir wissen, der König muss in Bethlehem geboren werden. Und die Weisen, die Sterne, die hatten die grobe Rechnung und sie wissen, wir müssen den König suchen. Aber um weiter wirklich gehen zu können, brauchten sie das Wort. Und das Wort haben sie erhalten. Jetzt schaut, als die Sterndeutscher das Wort erhalten haben, dann wurde der Stern sichtbar, der sie schon bereits geleitet hatte und hat sie dann dementsprechend weitergeführt. Und als sie den Stern gesehen haben, wurden sie mit Freude erfüllt. Und während des ganzen Weges, den sie gegangen sind, hat Gott sie einfach durch seine Gegenwart oder durch diese Zeichen unterstützt und geführt. Er hat ihnen einfach das Zeichen gegeben, er hat ihnen das Wort gegeben und im Nachhinein führte der Stern sie weiter. Und die Freude. Und die Freude. Das ist das, worüber wir oftmals sprechen. Es war eine Bestätigung von Gott. Sie sind nach Bethlehem gekommen und kommen in das Haus hinein. Nicht in ein Schloss. Sie kamen in ein ganz normales Haus und sahen ganz normale Menschen. Und das Neugeborene. Wenn wir auf der Suche nach Jesus sind, passen unsere Vorstellungen nicht mit den Göttlichen überein. Was dachten die Weisen? Weil sie dachten zuerst, sie sind nach Jerusalem gekommen und sie dachten, okay, der König wurde im Schloss geboren. Aber sie kamen in ein Haus hinein. Und sie sahen nicht einen König. sondern sie sahen einen ganz normalen Mann, Josef, und mit seiner Frau Maria. Wurden sie dadurch enttäuscht? Wurden sie dadurch? Sind sie deshalb weggegangen? Sie haben das Neugeborene gesehen. Pali перед ihm nach Knie. Sind auf die Knie gefallen. Und alles, was sie ihm mitgebracht haben, haben sie ihm geschenkt. Und sie hatten Gold, Weihrauch und Mürre. Sie haben den König gesucht. Und sie haben ihn gefunden. Und Herodos hatte ihnen befohlen, dass sie zuerst zu ihm kommen. Aber die Weisen sind nicht zu Herodos gegangen. Es heißt, sie sind auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land gegangen. Denn Gott hat sie im Traum gewarnt. Und sie waren wieder gehorsam. Und sie sind nicht zu Herodos gegangen. Sondern sie nach Hause gegangen. Wenn wir unseren Glaubensweg beginnen, und wir haben eine Richtung. Und wie oft sprechen wir zueinander, suche Gott. Aber in jeder Situation brauchen wir das Wort Gottes. Und was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass man auch Schritte tut. Die Schriftgelehrten sind nicht mit den Weisen gegangen. Obwohl sie in ihrer Hand die Prophetie hatten. Herod же, auf der anderen Seite, wollte das Neugeborene töten. Aber die Weisen sind gegangen. So lasst uns weise sein, wie die Weisen. Wir werden nicht zurück zu Herodos gehen. Wir werden nicht abkommen von dem Weg Gottes. Sondern auf diesem Weg werden wir das Wort Gottes suchen. Und Gott wird uns Zeichen senden. Gott wird uns Menschen schicken. Gott wird neue Türen auföffnen. Denn die, die die Wahrheit suchen, die werden sie finden. Und selbst wenn wir Fehler begehen, wird Gott uns im Traum Offenbarungen schenken. Gott wird uns wieder auf den Weg bringen, wenn wir davon abgekommen sind. Er wird uns nachts wecken, damit wir beten. Sascha ist heute um vier aufgewacht, ich um halb drei. Und man möchte nicht immer aufstehen. Man möchte nicht aus dem gemütlichen Bett aufstehen. Man möchte nicht immer Schritte wagen. Aber lasst uns weise sein, wie die Weisen. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, was ist eigentlich das aller, aller wertvollste oder teuerste, was der Mensch besitzt. Ich glaube, es gibt nichts wertvolleres, als dass wir Jesus Christus finden. Das ist das Wertvollste, was wir besitzen. Denn die Bibel sagt, wenn du Jesus gefunden hast, hast du den Weg gefunden. Jesus ist dein Stern. Jesus ist dein Wort. Jesus ist die lebendige Quelle, aus der man trinken möchte. Jesus ist unser Brot. Jesus ist all das, was wir für unser Leben benötigen. Jesus ist unser ewiges Leben. Denn der Mensch hat so eine Angst vor dem Tod. Aber indem wir Jesus Christus in unserem Herzen haben, dann verstehst du, er hat auch den Tod, besiegt, er hat das ewige Leben. Du machst einfach Glaubensschritte, wie Maria es zum Beispiel getan hat, wie Josef es getan hat, wie die Weisen es auch getan haben. Das Wort, das du brauchst, Gott wird es dir geben. Wir alle haben verschiedene Situationen. Aber wenn wir zu Gott rufen, dann gibt er uns Weisheit, wie wir handeln sollen. Er gibt uns die Kraft, weiterzugehen. Und dieses Wort, selbst wenn du dich in einer Sackgasse befindest, das Wort, was er dir gibt, es ist wie ein Licht auf deinem Weg. Und je näher du Jesus kommst, je mehr du ihn kennst, desto sicherer bist du dir, dass Jesus mit dir ist und dass er dich nicht alleine lässt. Du bist dir sicher, dass Jesus einfach deinen Weg führt und leitet, also dass er dich führt auf deinem Wege. Die Weisen sind nach Jerusalem gekommen, und als sie das Wort erhalten haben, haben sie wieder den Stern gesehen. Es kam eine Freude auf. Wenn wir ein neues Zeichen bekommen, sehen, dann freuen wir uns darüber. Gott bestätigt sein Wort mit seiner Gegenwart. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen weiser sein und auf dem Weg Gottes sollten wir bleiben. Ehre sei Jesus. Und es ist ein wunderschönes Fest, das wir heute feiern. Es ist eine wunderbare Zeit, in der wir nochmal neu die Geschichte lesen, wie Jesus geboren wurde. Wo wir auch über die Glaubenshelden lesen. Und sie sind für uns Vorbilder. Und genauso können wir diese Geschichte unseren Kindern, Enkelkindern und auch allen anderen weitererzählen. Damit in unseren Worten dass unser Wort, das sie aussprechen, wie ein kleiner Stern ist, den sie sehen, wie ein Zeichen. Und dass sie sich auf die Suche machen, dass sie diesen Jesus suchen, der geboren wurde und der der König der Könige ist. Ehre sei ihm. Sei gesegnet, meine Lieben. Lass uns gemeinsam beten. Gott, wir brauchen nichts anderes als dich. Wir brauchen dich. Denn in deinem Namen sind alle Segnungen. In deinem Namen ist Freude. Pobeda. Der Sieg. Das Leben. Wir brauchen deine Wahrheit. Wir brauchen dein Segen. Du bist der Weg, Herr. Hilf uns, unser Leben zu leben. Und dass auch keine Hindernisse uns abbringen von dem Weg. Daru'j namn живую водu, когда мы жаждen. Und schenke uns das lebendige Wasser, wenn wir durstig sind. Daru'j namn Pischu для нашей души. Gib unserer Seele das, was sie braucht. Heile unsere Seele, unsere Herzen, Herr. Du bist unser himmlischer Arzt. Du hast die Medikamente, die wir brauchen. Wir brauchen die Heilung der Seelen und auch der Körper. Wir brauchen deinen Rat. Wir brauchen dich, Jesus. подтвержdai свое Slovo своим присутствием. Bestätige dein Wort mit deiner Gegenwart. Направляi нас. Leite uns. Pobuchdai uns молitsi друг за друга. Und motiviere uns, dass wir füreinander beten, Herr. Wir bedanken dir für alles, Jesus. du bist der wunderbare, allmächtige König der Könige, der auf so eine unnatürliche Art und Weise in diese Welt gekommen ist. Es war ein Wunder deiner Geburt. Es geschahen große Wunder während deiner Lebzeit, Herr. Du bist am Kreuz gestorben. Und so wie du gestorben bist. Und so mussten alle, die um dich herum waren, einfach erkennen, dass du der Herr bist. Du bist auf übernatürliche Art und Weise auferstanden. Du hast dich der Menschheit gezeigt, Herr. Und auf eine übernatürliche Art und Weise bist du in den Himmel hinaufgefahren. Und auf eine übernatürliche Art und Weise regierst du, Herr, die Welt. Wir danken dir. Amen. Amen.